Ich möchte euch jetzt eine längere Bibelstelle vorlesen. Ihr dürft euch ruhig gemütlich hinsetzen, das dauert. Und ihr werdet euch fragen, was hat das mit guter Nachricht zu tun? Die Frage ist berechtigt. Wir werden das hinterher auflösen. Ihr werdet es schon sehen. Eine Bibelstelle, die du nicht in der Kinderbibel findest, die ist nämlich nicht dafür geeignet. Zweiter Könige 6, Abvers 24. Das Spiel zur Zeit Elisas. Und es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer und zog herauf und belagerte Samaria. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria. Und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 80 Schäkel Silber und ein Viertelkapp Taubenmist für 5 Schäkel Silber gehandelt wurden. Und es geschah, als der König von Israel auf der Mauer einherging, da schrie eine Frau ihm zu, hilf, mein Herr und König. Er aber sagte, hilf dir ja wenig, woher sollte ich dir helfen? Etwa von der Tenne oder von der Kelter? Und der König sagte zu ihr, was hast du? Sie sagte, diese Frau da hat zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Meinen Sohn wollen wir dann morgen essen. So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Und es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider. Und zwar, als er noch auf der Mauer einherging und das Volk sah und siehe, er trug Sacktuch darunter auf seinem Leib. Und er sagte, so soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn der Kopf Elisas des Sohnes Schaffers heute auf ihm bleibt. Elisa aber saß in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Und der König sandte einen Mann vor sich her. Bevor nun der Bote zu ihm kam, sagte er zu den Ältesten, habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf abzuschlagen? Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und dringt ihn mit der Tür zurück. Ist nicht der Schall der Dritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Noch redet er mit ihnen, siehe, da kam der Bote zu ihm herab. Und er sagte, siehe, dieses Unglück kommt von Jahwe. Was sollte ich noch länger auf Jahwe warten? Da sagte Elisa, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe. Morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schäkel verkauft, werden nun zwei Maß Gerste für einen Schäkel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sagte, siehe, wenn Jahwe Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen. Er aber sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Nun waren da vier aussitzige Männer am Eingang des Tores. Die sagten einer zum anderen, was sollen wir hierbleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, und in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hierbleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir, und wenn sie uns töten, dann sterben wir. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram. Und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hittiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt. Und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Dann sagten sie einer zum anderen, Wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird. So wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es dem Haus des Königs berichten. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten ihnen. Wir sind in das Heerlager Arams gekommen und siehe, da war kein Menschen, keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte, so wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Da stand der König in der Nacht auf und sagte zu seinen Knechten, Ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns gemacht haben. Sie haben erkannt, dass wir Hunger leiden. Da sind sie aus dem Lager abgezogen, um sich im Feld zu verstecken, indem sie sich sagen, wenn sie aus der Stadt herauskommen, dann wollen wir sie lebendig greifen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer von seinen Knechten und sagte, Man nehme doch fünf von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch übrig sind. Siehe, ihnen wird es ja doch so ergehen, wie der ganzen Menge Israels, die hier übrig geblieben ist. Siehe, ihnen wird es ergehen, wie der ganzen Menge Israels, die am Ende ist. Schicken wir doch hin und lass uns sehen. So nahmen die zwei Wagen mit Pferden und der König schickte hinter dem Heerlager Arams Männer her und sagte, Geht hin und seht. Und sie zogen hinter ihnen her bis an den Jordan. Und siehe, der ganze Weg war voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Und die Boten kehrten zurück und berichteten es dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Heerlager Arams. Da wurde ein Maß Weizengrieß für einen Schäkel und zwei Maß Gerste für einen Schäkel verkauft, nach dem Wort Jahwes. Der König hatte aber den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor bestellt. Und das Volk trat ihn im Tor nieder, sodass er starb. Gerade so, wie der Mann Gottes geredet hatte, der, als der König zu ihm herabkam, es rausgesagt hatte. Es war ja geschehen, als der Mann Gottes zum König geredet hatte, zwei Maß Gerste werden morgen um diese Zeit für einen Schäkel verkauft werden und ein Maß Weizengrieß ebenso für einen Schäkel im Tor von Samaria. Da hatte der Offizier dem Mann Gottes geantwortet und gesagt, siehe, wenn Yahweh auch Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen. Er aber hatte gesagt, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. So geschah es ihm nun. Das Volk trat ihn im Tor nieder, so, dass er starb. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Das ist natürlich eine Herausforderung, wenn du solche eine Story hörst oder liest. Was ist schon gut daran, wenn du mitten in dieser Bedrängnis bist? Wenn du mitten in den Herausforderungen bist, wenn du mittendrin bist und du weißt keine Lösung, weder im Natürlichen noch hast du irgendetwas anderes, wo du eine Lösung erwartest. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Als ich diese Story gelesen habe, da habe ich gedacht, ich möchte aus allen Berichten in der Bibel etwas herausholen, etwas heraushören, was für mich ist. Und deswegen sage ich dir, wenn du eine Predigt hörst, wenn du das Wort Gottes hörst, wenn du von jemandem eine, nun sagen wir, einen Impuls, einen geistigen Impuls bekommst, wenn jemand etwas dir zuspricht, nimm es auf und bewege es in deinem Herzen und höre raus, was ist da an guter Botschaft für mich drin. Manchmal möchte Gott uns durch sein Wort ermutigen, manchmal zurechtbringen, manchmal hat er einen Weg für uns und gerade dann, wenn du mitten in Sachen drin bist, wo du sagst, hey, da gibt es keine Lösung für mich. das, was mir passiert ist, es gibt keinen Ausweg, sondern das, was ich erlebe, stellt sich so dar, dass es eigentlich immer nur noch schlechter wird. Ich gehe in meiner Berufung, ich lebe in den Dingen, die Gott mir gesagt hat, aber was ich feststelle um mich rum, es wird immer krasser und es wird immer schlimmer. Es gibt keine Lösung und das war der Zustand, in dem das Volk in Samaria fest eingeschlossen war. Vielleicht ist jemand hier heute, der sagt, ich bin wie fest eingeschlossen in den Umständen, die ich nicht einfach so auflösen kann. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Ausweg. Manchmal kommt der Feind nicht in deinem Leben, um dich zu versuchen mit Stehlen, mit Lügen, mit irgendwelchen solchen Dingen, wo man sagt, ja, das ist Sünde, sondern er kommt als erstes mit Entmutigung. Er kommt als erstes damit, dass er sagt, kann gar nicht sein oder du hast ganz falsch gehört oder du bekommst ein prophetisches Wort und du sagst, immer die Propheten. Also ich kann es schon gar nicht mehr hören, diese prophetischen Worte und sie haben ja keine Wirkung. Das ist das, was wir vorhin gelesen haben in dieser Story. Sie bekommen, der König bekommt ein prophetisches Wort und er sagt, so ein Quatsch, kann gar nicht sein. Hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Das lesen wir, was Elisa sagt. Hört das Wort des Herrn. Hör doch mal, was Gott zu dir spricht. Hör heute Abend ein Wort vom Herrn, was in deiner Situation spricht. Das muss nicht unbedingt sein, dass von hier vorne die Beschreibung jeder deiner Situationen da ist, sondern du hörst mit deinem Geist, was Gott zu dir spricht. Du musst geistliche Ohren haben. Wisst ihr, wir hören viele Predigten mit dem Verstand als erstes. Wir sezieren, ist die Predigt gut, hat sie drei Punkte, hat sie dies berücksichtigt, hat sie den hermeneutischen Sprung, das ist das, wenn man das Wort Gottes liest und dann dieser Bogen kommt zu mir in mein Leben hinein, hat das die Predigt alles erfüllt? Das ist es nicht, sondern du hörst die Predigt mit deinen Herzens Ohren, du hörst die Predigt mit deinen geistlichen Antennen, höre das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Und wir wissen das von Paulus, dass Paulus geschrieben hat, wir sprechen nicht oder wir predigen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das war es, was uns in dieser Gebetszeit angespornt hat, worüber wir gebetet haben, was ist mit den vielen Blockaden in unserem Leben, was ist mit den prophetischen Worten, die wir bekommen haben, die wir empfangen haben, was ist damit passiert? Und das eine kann ich euch sagen, wir sind durch viele Blockaden, durch viele Hindernisse, durch viele Herausforderungen, durch scharfe Attacken des Feindes gegangen. Und ja, ich habe manchmal in meinem Auto gesessen und habe zum Herrn geschrien und habe gesagt, Herr, es gibt keine Lösung. Wir haben ein riesiges Problem, aber ich habe keine Lösung. Und wenn du nicht eine Lösung schaffst, werden wir hier, wo wir sind, verhungern. Und das waren nicht wenige Situationen. Und wenn ich immer diese prophetischen Zusagen, wenn ich das prophetische Wort, was wir bekommen haben von Menschen, die wir eigentlich manchmal gar nicht kannten, die nichts von uns wussten, wenn ich das nicht gehabt hätte, ich glaube, wir wären heute nicht hier. Ich glaube, wir hätten den Dienst von Gottes Haus nie gegründet. Ich glaube, wir hätten damals diesen Existenzverlust unserer Firma oder viele finanzielle Herausforderungen, viele Krankheitsherausforderungen, wir hätten es nicht gepackt. Wir hätten niemals Menschen sagen können, aber der Herr, er wird dich durchbringen. Gott wird eine Lösung haben. Es ist immer noch wahr, die Dinge, die Gott tut, sie sind übernatürlich und sie sind möglich. Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott, auch für dich, auch für deine Agenda, die du hast, auch das, wo du jetzt mittendrin festzuhängen scheinst. Es gibt dieses bei Gott möglich. Mein Fokus heute richtet sich in diesem Text auf dieses vermeintliche Ausgeliefert Sein an die Macht des Feindes, aber auch auf das übernatürliche Wirken Gottes. Weißt du, wenn du richtig festgefahren bist, wenn der Feind dich richtig im Griff zu haben scheint, das ist sehr, sehr schlimm. Und ihr habt das gehört, die Mutter, die ihr Kind hergeben musste. Das klingt für uns ganz, 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 ganz schlimm. Wir haben alle noch nicht diese Hungerzeiten erlebt, weder im Natürlichen, vielleicht aber im Geistlichen. Mein Vater, der in der Kriegsgefangenschaft war, der hat uns als Kindern oft erzählt, wenn wir am Essen rum gemäkelt haben und ich diese Suppe nicht essen wollte, hat er uns oft erzählt, Kinder, wir haben von Gras gelebt, damit wir nicht sterben. Vielleicht sind gerade bei dir heute die Ausgangswerte, in welchem Bereich auch immer, nicht wirklich prickelig, nicht wirklich gut. Deine Ausgangslage ist denkbar schlecht, du hast Kraftverlust, du hast Glaubensverlust, du hast finanziellen Verlust, du hast Gesundheitsverlust und überall, egal wohin du dich wendest, kommt dieses Wort Verlust, Blockade oder Festgefahren in deinen Sinn. Im Grunde genommen die Einschätzung, die wir von der Situation des Reiches Gottes jetzt im Moment haben, in unserem Land, in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer, in den Informationen, die wir eben haben, wir sagen, die Ausgangslage im Reich Gottes ist denkbar schlecht und sie sieht tatsächlich so aus wie Festgefahren eingeengt belagert in Samaria. Es ist wenig an Heilung da, es ist wenig an Befreiung da, es ist wenig an wirklich siegreichen Überwinden da, es ist wie wir leben von den letzten Resten. Und in dem Bereich, wo wir jetzt hier alle sind, da ist es ja fast genauso. Jeder, mit dem du dich unterhältst, der sagt, ja, ich habe da in den Finanzen Probleme, ich habe da in der Familie Probleme, ich bete für Menschen in meiner Familie, die wollen sich nicht bekehren, ich bete für Menschen in meiner Nachbarschaft, die sagen, ja, mach mal weiter, aber lass mich aus dem Spiel und wir erleben alle diese ganzen Dinge, dass wir wie festgefahren sind. Und was wir auch noch feststellen und das betrübt mich wirklich ganz, ganz, ganz stark, das ist, dass es im Reich Gottes so viel Verwirrung gibt. So viel Verwirrung über was ist richtig und was ist falsch. Was ist wirklich Wort Gottes und was ist Fleisch? Da werden so viele falsche Entscheidungen getroffen in wirklich Fleisch, in das will ich aber haben, das will ich aber so machen, das will ich aber so leben, die sich nicht auf das Wort Gottes gründen, sondern die einfach entschieden werden und dann wird gebetet, Herr Jesus segne doch meinen Weg. Leute, das geht so nicht. Es geht nicht. Gott wird es so auch nicht tun, denn in seinem Wort hat er das vorgegeben, dass wir heilig sein sollen. Wir haben das vorhin gesungen. Wir sind heilig. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das ist das, was die Bibel schreibt und das ist unser Maßstab. In dieser Story von der Belagerung Samarias, ich nehme da nur ein kleines, was mich beschäftigt hat, raus und das ist das mit den vier Aussätzigen. Deshalb war das für mich am Anfang mit dieser guten Nachricht so wichtig, dass wir Menschen sind unter guter Nachricht. Wir müssen Menschen sein, die von guter Nachricht leben und die gute Nachricht hier innen drin bewegen und die gute Nachricht weitergeben. Wir müssen unter guter Nachricht des Wortes Gottes bleiben. Das Schlimme und Krasse bei diesen vier Aussätzigen in dieser Story finde ich, dass sie überlaufen wollen zum Feind. Stell dir das vor, das ist eigentlich schlimm. Wenn dir nichts anderes mehr übrig bleibt, das ist das, wenn Leute auch uns zum Beispiel anschreiben vom Dienst her und sagen, also wisst ihr was, Gott hat ja nicht das gemacht, was eigentlich ich wollte und erwartet habe und naja, jetzt wird er schon sehen, was er davon hat, ich stecke das mit dem Glauben auf. nutzt ja nichts, bringt ja nichts, das ist überlaufen zum Feind, denn dann hast du selber nichts mehr, auf dem du gegründet bist. Was die aber vorfinden, ist gar nicht Feind, sondern ist Beute. Martin wird nachher viele Dinge davon noch beleuchten, die werde ich jetzt nicht ansprechen, aber das Wichtige in dieser Story war für mich, dieser Vers, wo es heißt, denn der Herr hatte das Heerlager Ahrens ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeres macht. Hey, wisst ihr was, das ist Engels Heere. Bald wir gehen auf Weihnachten zu, wir werden das wieder hören. Da war am Himmel die Menge der himmlischen Herrscheren und sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist Engels Heer. Das ist Heeresmacht. Gott hatte sie ein Getöse hören lassen. Wisst ihr, wenn du keinen Ausweg siehst, wenn du mittendrin eingeschlossen bist, wenn du eingeklemmt bist, Gott wirkt trotzdem. Gott wird nicht aufhören, sein Wirken fortzusetzen. Er wird nicht aufhören, die Dinge, die auf seiner Agenda stehen, umzusetzen. Da mag der Feind sich aufblasen, wie er will. Aber Gott hat die endliche Lösung. Gott wird eingreifen. Gott wird die Dinge umkehren. Und wisst ihr, wenn es schon nicht im Natürlichen mit diesem König, der sich nicht aus der Stadt raustraut, geklappt hat, Gott hat ein Gerücht sie hören lassen, ein Getöse sie hören lassen, da war im Natürlichen gar nichts. Aber sie haben etwas Übernatürliches gehört. Und das war das Entscheidende. Das Übernatürliche müssen wir hören. Das ist das Gleiche, wie kurz vorher beschrieben wird von dem Gehasi, der morgens aus dem Haus kommt und sagt, boah, eine Riesenmenge, die gegen uns steht. Und der Elisa betet und sagt, Herr, öffne seine Augen, dass er sieht. Mein Gebet ist, dass wir sehen, dass wir die übernatürlichen Dinge Gottes sehen, dass wir das übernatürliche Eingreifen Gottes sehen, dass wir nicht sehen, das klappt nicht und das klappt nicht und das ist ja noch nicht und jenes nicht. Und ich weiß, wovon ich rede, wir haben diese Herausforderung auch. Wir sind nicht höher, weiter, besser als ihr alle. Wir sind alle gemeinsam in diesem Ding drin. Aber ich will meinen Glauben ausstrecken. Ich will sagen, aber der Herr, Gott ist größer. Bei Gott sind Dinge möglich, die ich nicht verstehe, die ich nicht erfasse und ich will hören mit meinen Ohren dieses übernatürliche Geräusch, was den Feind besiegt. Denn der Sieg kam durch dieses Hören von dem Geräusch. Das war Gottes Aktivität, nicht etwas, was im Natürlichen irgendwie ein Säbel rasselt oder sie hatten ein paar Leute hingestellt und gesagt, mach mal ordentlich dann wird der Feind denken, wir sind so stark. Das funktioniert ja so auch gar nicht, sondern es muss ein übernatürliches Ausstrecken sein. Und das, wo wir in den letzten Wochen unterwegs sind, ist hin zu diesem Übernatürlichen, hin zu diesem Gott hat mehr für uns, mehr als wir bis jetzt gesehen haben, mehr als wir bis jetzt bedacht haben, mehr als das, was wir geredet haben, was wir bis jetzt empfangen haben, ist vielleicht nur angekratzt, aber er macht doch mehr, er arbeitet hinter den Kulissen für uns. Gott hört und Gott will und Gott handelt, er ist ein Gott, dem wir dienen und Gott ist treu und was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei ihm. Mein Ding heute für euch ist, lasst nicht nach, daran zu glauben, dass Gott Gott ist. Wir haben nicht einen schwachen Gott. Wir haben nicht einen Gott, der schläft und schlummert, der so dahindöst und der dein Problem irgendwie am Rand vielleicht mitkriegt oder der gar nicht weiß, dass du ein Problem hast. Wir haben einen treuen Gott. Wir haben einen Gott, der stark ist und unser Gott ist nicht auf der gleichen Ebene wie der Feind. Manche Leute denken, Gott ist das eine und da ist der Teufel und die beiden die fechten so miteinander. Das ist Quatsch, das stimmt einfach nicht. Gott ist Gott und Gott ist treu und er ist treu in deinem Leben und er wird die Dinge, die dich jetzt blockieren, er wird sie verändern. Vielleicht merkst du es jetzt gar nicht. Vielleicht sagst du, aber ich sehe es nicht. die Leute in Samaria haben nichts gesehen. Sie hatten nur Verlust. Aber der Herr wird die Dinge für uns verändern. Und das ist auch mein persönliches Zeugnis. Wir waren oft wirklich bis am Randrand. Nicht nur ein bisschen Rand, sondern am richtig Rand. und ich habe nicht gesehen, dass Gott die Dinge sofort verändert hat. Aber Gott hat mich gelehrt zu sagen, ich werde ein Zeugnis haben über genau diese Sache. Ich werde eines Tages sagen, Gott, du bist treu. Du bist treu in meinem Leben. Du warst treu, als ich mitten in dieser Bedrängnis war, als ich nichts zu essen hatte im Geistlichen. Du hast mich geschützt, als ich nichts hatte. Du hast zu mir gesprochen durch dein Wort, als kein Wort von Menschen meinen Geist erreichen konnte. Da warst du da. Gott ist treu. Und mein Gebet ist Verwirrung ins Feind des Feindes. Verwirrung ins Lager des Feindes. Lass ihn ein Geräusch hören von den himmlischen Herrschern, was ihn die Furcht in die Knochen jagt, dass er das Feld verlassen muss. Und ich, ich werde zu denen gehören, die Beute machen. Die Voraussetzigen haben die gute Nachricht gehört. Die sind losgezogen und sie waren die Beute des Feindes eingesammelt haben. Unsere Beute wird da sein. Und wir werden nicht nur ein dünnes Jäckchen finden, sondern wir werden Gold und Silber und die ganzen Klamotten und die Waffen und alles, was zurückgelassen wurde, es wird unser Eigentum sein. Samaria, Samaria. Ich habe mal geforscht ein bisschen mit Samaria. Was hat es denn eigentlich mit Samaria so auf sich? Und wofür steht das überhaupt, das Ganze, wenn man das mal in einem größeren, sprich prophetischen Rahmen sehen würde? In der Bibel finden wir mehrfach, dass Städte belagert sind. Das bekannteste ist natürlich die Zerstörung Jerusalems unter Nebukadnezar, der die Stadt in Trümmer gelegt hat. Dann gibt es diese Story mit Hiskia. Da waren Sanheripati belagert und durch ein Eingreifen Gottes, da hat der von irgendwas und ist abgezogen und die ganze Belagerung brach zusammen. Oder dann natürlich die Story mit Nehemiah. Da geht es darum, dass die Mauer aufgebaut wird, die nämlich zerstört war. Und zur Zeit Nehemiahs konnte der Feind rein und raus in die Stadt. Das war hier in Samaria nicht möglich. Samaria hatte eine feste, richtig stabile Mauer und dem Feind war es über all die vielen Monate der Belagerung ja auch nicht gelungen die Stadt einzunehmen. Es war also so, die Stadt stand schon ganz gut eigentlich. Wisst ihr, Stadt steht im Prophetischen immer für ein System. Wir müssen das verstehen, es steht für ein System. In dem Sinne für eine geistliche Macht. Also da gibt es gewisse Werte, gewisse Leute, die da ihr Einkommen erzielen, gewisse Dinge, die gehen und gewisse Dinge, die nicht gehen. Und jede Stadt hat ihre Bedeutung als, ich nenne es mal System. Und das ist auch heute noch ein bisschen so. Und das ist völlig unabhängig, ob wir das nach christlichem Verständnis positiv oder negativ beurteilen. Jede Stadt steht für was prophetisch. Und wir denken nur mal beispielsweise Moskau steht für was anderes als Las Vegas. Ja, Amen dazu. Frankfurt ist wirklich definitiv anders als Hamburg. Zumindest wenn man in beiden Städten mal gewesen ist. Und noch mal anders als Palma de Mallorca. Oder? Amsterdam ist anders als Innsbruck. Und so weiter. So könntest du weitermachen ohne Ende. Jede Stadt steht für was. Hat so bestimmte Werte. Hat ihren bestimmten Touch. Hat ihren Geist. So, wenn Städte sich erheben, wachsen, zunehmen, dann wächst auch das System. Das System nimmt zu und dann etabliert sich da etwas. Ich meine, ich bin ja nur sehr, sehr häufig in Frankfurt und das wird ja so als die Stadt des Mammons verschrien. Und in der Tat, ich glaube, es gibt etwa 400 oder mehr Banken, die da ansässig sind. und durch den Brexit sagt man, kommen jetzt 2000 neue Banker aus England noch dazu. Ja, also das wächst, weil da ist halt Bankmacht. So, erst mal wertneutral. So, das ist einfach etwas, was in dieser Stadt das System ist und inzwischen entwickelt sich zur Finanzmetropole Europas auf jeden Fall. So, dafür steht die Stadt. Düsseldorf hat das nicht, Berlin auch nicht, Wien auch nicht, hat Frankfurt und da ist also irgendetwas, was diese Stadt auszeichnet und so ist es mit jeder Stadt. Du kannst also im Prophetischen sagen, eine Stadt steht für ein geistliches System, eine geistliche Macht und am allerdeutlichsten findest du das in der Bibel, wenn du Babylon und Zion nimmst als Gegensatz. Babylon die Hure und Zion die Tochter. Zwei Städte, die für zwei Weltsysteme stehen, für zwei Reiche stehen, das Reich der Welt und das Reich Gottes. So also Stadt. Stadt verkörpert etwas. Interessant ist, mir ist eingefallen, der Pastor Emanuel, mit dem wir ja sehr gut zugange sind, mit dem wir neulich auch telefoniert haben, der sagte, das letzte Mal, als er hierher kommen wollte, nach unserem kleinen Städtchen hier, war eine Macht da, die verhindern wollte, dass er durchkommt. und die Jungs aus Stuttgart erzählen, was ganz ähnlich ist. So, da ist irgendwas in der Stadt, das hiesige System, was verhindert, dass was anderes durchkommt. Und hier in dem Text geht es eben um eine ganz bestimmte Stadt, Samaria. So, die meisten von uns kennen das nur von den Samarittern. Was hat es mit dieser Stadt eigentlich auf sich? Nur Samaria ist nicht so ganz easy. zu erklären. Also, das ist eine Stadt, die wurde gegründet von Omri. Das war im Grunde genommen, also der Vater von Ahab war das, das war der Herrscher, nein, der, nicht Herrscher, der, also diese Dynastie kam von ihm hervor. Und er war nach biblischen Bezeichnungen böser König. Die Sache war die, ihr wisst alle David und dann sein Sohn Salomo, Jerusalem wurde Hauptstadt, wurde der Tempel gebaut und nach Salomo, nach seinem Tod, kam sein Sohn Rehabiam an die Regierung und das war nicht unbedingt der Hellste und der hat im Grunde genommen durch sehr unweise Vorgehensweisen dafür gesorgt, dass das Reich sich teilte in der Form, dass zehn Stämme von Israel sich abgespalten haben, das sogenannte Nordreich oder das Reich Israel, so hat man das dann im weiteren Verlauf genannt, von dem sogenannten Südreich, das war Judah und Benjamin und das war eben das, was man Reich Judah dann später nannte. So, ab dem Zeitpunkt hattest du also zwei Reiche, Israel und Judah. Judah war da eben, wo Jerusalem war und da waren viele, viele von den Leviten hingekommen, da lief halt der priesterliche Dienst und so weiter noch weiter und auch aus den anderen Stämmen, alles was so gottesfürchtig war, das ist viel nach, dann in diese Reich Judah gezogen, aber die anderen Stämme, die blieben eben da und da hat sich dann ein König etabliert, der hieß Jerobiam. So und der Typ war also so, dass er gesagt hat, meine Macht wird geschwächt, wenn ich zulasse, dass hier meine Leutchen immer nach Jerusalem pilgern müssen. Das ist zu verhindern, das ist schlecht und deshalb hat er im Norden seines Herrscherbereiches und im Süden jeweils ein Heiligtum gebaut, in Dan und in Bethel und zwar hat er da ein Stier, ein Kalb aufgebaut, was da angebetet worden ist, also das erinnert schon wirklich verblüffenderweise an das goldene Kalb, was in der Wüste angebetet worden ist. So und dadurch hatte sich also dieses Volk Israel im Norden in so eine komische Abgöterei abgedriftet, denn diese Stiere, die Kälber, das war Yahweh, den sie da anbeteten. Also das war eine ganz schräge Geschichte, wohin gleichzeitig ein paar Kilometer weiter in Jerusalem der Tempel war, mit einem ordentlichen Tempeldienst, wo wirklich alles da war. Also politische, religiöse, wie soll ich mal sagen, Verführung, das war das, was da passiert ist. Und das eierte dann so vor sich hin, dort mit dem Nordreich und irgendwann kam es eben dazu, dass einer der nachfolgenden Herrscher dann etwa um das Jahr 870 vor Christus Samaria als Hauptstadt gebaut hat. Da war vorher nur ein Hügel und da wurde die Hauptstadt gebaut. Jetzt habe ich mal geguckt, was es da zu wissen gibt. Liegt in Zentral Israel, nicht weit von der heutigen Stadt Nablus und wie gesagt, wurde von Omri gebaut. Der hat auch dort übrigens ein Tempel gebaut und wurde dann zur Hauptstadt von diesem Nordreich. Wurde durchaus verschönert, befestigt und eine starke, große Stadt. Und dann wurde die Stadt belagert von einem König Ben Haddad. Den haben wir ja vorhin schon mal gehört. Ist aber nicht der Ben Haddad, sondern wahrscheinlich sein Vater. Es gab nämlich drei. Das war der erste, der zweite und der dritte Ben Haddad. So und einer von diesen Ben Haddad hat also zur Zeit Ahab die Stadt belagert. Aber Gott hat eingegriffen und die Stadt konnte nicht übernommen werden. Das war ein ganz erstaunlicher riesiger Sieg. Finstern erster Könige 20 ab das 1. Und die Story geht dann weiter. Und dann kam es wieder dazu, dass die Stadt Samaria belagert wurde und zwar unter den Tagen Jorams. Das war der nächste König. wieder von einem Ben Haddad. Und das ist genau die Story, die wir vorhin gehört haben. Die Hungersnot wurde so abartig groß, dass man im Grunde vor der Kapitulation stand. Und dann haben diese Aussätzigen die Nachricht gebracht, hey, der Feind ist geflohen, es gibt Nahrung im Überfluss, alles ist super und letztlich war von jetzt auf sofort eine gigantische Beute freigesetzt. Das ist das, worum es heute geht. Später wurde die Stadt dann belagert und hat aber, daran merkst du, wie stark die befestigt sein muss, drei Jahre der assyrischen Belagerung widerstanden, bis sie dann eingenommen worden ist, platt gemacht worden ist und dann sind diese zehn Stämme in die assyrische Gefangenschaft geführt worden und das sind diese berühmt berüchtigten verlorenen zehn Stämme, die halt irgendwo verschwunden sind. Gut, und heute ist dieser Ort nur noch ein kleines Dorf, gibt es noch namens Sebustie und da gibt es nur noch ein paar antike Reste, die man da noch sehen kann, ansonsten gibt es da nichts mehr. So viel zu Samaria. Aber damals war Samaria eine Residenzstadt von einem König und zwar von einem abgefallenen König, der noch so ein bisschen da mitgemacht hat, aber irgendwie so eine ganz abstruse Mischi-Maschi Situation. Eigentlich war das ja Volk Gottes, was da lebte. Das waren ja die Söhne Jakobs, das Volk Gottes, mit den ganzen Verheißungen, die lebten da. Aber eben nicht in richtiger Art und Weise. Unter einem komischen König, der sie politisch verführt hatte, in einer komischen Situation, mit so einem unsauberen religiösen System. Falscher Gottesdienst, aber irgendwie der Name Gottes ist trotzdem mit drin, dann auch noch ein bisschen Heidentum mit drin, kam später noch viel mehr. Eigentümlich, ganz eigentümlich. Ein bisschen Yahweh, ein bisschen Heidentum, ein bisschen falsche Religion, ein bisschen selbstgestrickter Gottesdienst. Und wisst ihr was? Das kommt mir sehr bekannt vor. Auch heute spricht man ja von so einem Neuheitentum in unserer Gesellschaft. So, und dann finden wir hier diese wirklich dramatische Belagerungssituation. Und das Interessante, einer der mächtigsten Männer der Bibel, von denen uns berichtet wird, Elisa ist in der Stadt. Genau in dem Elend steckt er mit drin. Der ist in der Stadt. Der Herr hat ihm also nicht gesagt, pass mal auf Junge, jetzt gibt es eine Hungersnot, ich ziehe dich mal eben ab hier, bring dich irgendwo in super Sicherheit, bestens versorgt, alles prima und von da aus kannst du dann per Fernbotschaft irgendwelche prophetischen Botschaften weitergeben. Nein, der war in dem Schlamassel mit drin. In der gleichen Hungersnot, in dem gleichen Elend, in dem gleichen Mangel. In der Stadt. Und die Belagerer waren Aramäer und die waren zu der Zeit extrem stark, wirklich kernig. Und interessanterweise begegnet uns mit Elisa und den Aramäern, das begegnet uns mehrfach in der Bibel. Der syrische Hauptmann war eigentlich ein aramäischer Hauptmann, Naaman. Das war der Hauptmann der Aramäischen Armee. Und interessanterweise hatte, das war diese Story mit dem, der kam zu Elisa, weil er aussätzig war und der ist nicht mal zu ihm hingegangen, hat gesagt, du brauchst dich zehnmal in Jordan runter und die Sache ist erledigt. Dann war der erst stinksauer, weil sein Stolz gekriegt war, seine Dynamin überzeugt hat, soll das trotzdem machen, hat sich überreden lassen, hat es gemacht, alles super, ist geheilt worden. Warum? Aus Gehorsam auf das prophetische Wort hin. Und dann wollte er sich bedanken und Elisa hat gesagt, danke, nein, aber der Diener, dessen Name uns interessanterweise übermittelt wird mit Gehasi, der ist hinterher geflitzt. Und der hat sich mit Lüge dann ein bisschen was eingesackt von dem Naaman. Boah, jetzt auch nicht zu viel, aber immerhin. Und Elisa stellt ihn zur Rede, dann lügt er Gehasi wieder und Elisa hat, ich bin mit dir gegangen im Geist und ich habe das gesehen, was gelaufen ist. Und weil du hier nicht ordentlich gehandelt hast, wirst du den Aussatz von diesem Naaman bekommen. Hier haben wir also den Fall, dass von der aramäischen Armee in dem direkten Umfeld von dem Elisa, nämlich zu dem Gehasi, irgendwie komisch Aussatz, ich sag mal, transferiert worden ist. Und Aussatz spielt in dieser Story ja eine eigentümliche Story, äh, eigentümliche Rolle. Die Story, wenn du nachlesen willst, findet ein zweiter Könige 4, Abvers 42. Dann gibt es noch eine Story, nämlich, dass Elisa im Geist Informationen bekommt, was der König von Aram plant, der nämlich Israel attackieren will, berauben will und so weiter. Und er hat das dann einfach immer weitergegeben, so die Informationen, Achtung, da lauert ein Hinterhalt und da ist ein Problem. Und der König konnte dann immer entsprechend darauf reagieren. Das führte dazu, dass der aramäische König dachte, er hat einen Verräter in seiner Mitte, bis die ihm gesagt haben, nee, nee, pass mal auf, der Elisa weiß, was du in deinem Schlafzimmer erzählst. Ja. So, und dann wollten sie Elisa schnappen und das ist diese Story, von der Sigrid gerade gesprochen hat, wo sie die Stadt, das war nicht Sarmari, das war Dotham, versucht haben einzunehmen, wo die alle mit Blindheit geschlagen worden sind, aber der Diener dann auf einmal sehen konnte, auf das Wort des Herd, und dann hat er die alle, dieses ganze Heer, die waren blind, hat er geführt und hat sie wohin geführt? Mitten nach Samaria dieses Heer, was da war und da konnten sie auf einmal wieder sehen auf das Wort hin und dann wurden sie dort noch bewirtet, bevor man sie hat gehen lassen. Der König hat noch gesagt, soll ich alle abschlachten und Elisa sagt, nein, das heißt schon wieder Samaria, Heer und irgendwie ganz komisch und jetzt diese Story hier, wo das wieder neu kommt und wir finden danach sogar noch eine Story zwischen Elisa und einem dieser Könige Benhadad, nämlich der ist krank und er lässt nach Elisa rufen, einfach um zu wissen, werde ich überleben. Also der wusste schon, das ist ein Mann Gottes, da kommt was Gescheites bei raus, also das ist verlässliche Information und das ist die Story, wo er einen Boten schickt und Elisa sieht, dieser Bote ist derjenige, der den König ermorden wird, der der nächste König sein wird und der in Israel absolute Grolltaten machen wird. Und dann weint er vor dem Boten, weil er sieht, was dabei passieren wird. Mehrfach kommt das mit Elisa vor und eben diese Story auch und Elisa hängt mitten in dem Schlamassel drin, mitten drin, diese Belagerung. Ein mächtiger Feind steht auf, obwohl eigentlich der Herr schon mehrfach in der Vergangenheit gegen diesen Feind übernatürlich geholfen hat. Er steht darauf, neu und stellt sich hier gegen diese Stadt. Aber in der Stadt ist ein Mann Gottes und alles mögliche an Volk auf unterschiedlichem geistlichen Level sage ich mal. Und die Belagerung wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Nun, das war eine große Stadt, die war stark belagert. Wir wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Das kann unter Umständen Jahre gewesen sein. Also Belagerungen von zwei, drei, vier, fünf Jahren damals im Altertum waren nicht selten. Die Städte waren vollgestopft mit Lebensmitteln, um lange Belagerungen zu überstehen. Und wenn die Wasserquellen hat, dann konnten die durchaus über eine relativ lange Zeit überleben. Das sieht man heute noch bei den Ausgrabungen in Jericho beispielsweise. Aber hier war es so schlimm geworden, dass sie sich schon um Dreck Taubenmest und Eselsköppel. Das war schon so das Level, auf dem man sich bewegt hat. Also wirklich schlimm. Die waren am Ende. Die waren kurz vor der Kapitulation. Und dann eskaliert das Ganze, als der König von Kannibalismus hört. Als er hört, dass da eben diese Frauen, diese Jungs da oder den einen gegessen haben. Wahrscheinlich, man geht davon aus, dass die Jungs schon verhungert waren. Dass die also tot waren und dann einfach die beiden Frauen das da so gemacht haben. Und die zweite wollte das Kind beerdigen. Also nicht da hingeben dafür zum Essen. So, aber wie dem auch sei. Der König hört diese Schreckensnachricht, die natürlich wirklich eine Katastrophe ist. Und der tickt aus. Der tickt aus und gegen wen richtet sich sein Zorn? Vollkommen irrational, vollkommen spinnert. Sein Zorn richtet sich genau gegen den Mann Gottes, der bis jetzt die Lösung für derartige Probleme gewesen ist. Er hört die Schreckensnachricht und sagt, der wird den Kopf kürzer gemacht. Der Einzige, der irgendwie die Möglichkeit hat, das Ding zu retten geistlich, der muss weg. Eine irrationale, völlig spinnerte Reaktion. Dämonisch, der Sündenbock, er projiziert das auf diesen Mann Gottes. Wie gesagt, der hat genauso gehungert wie alle anderen. Er war genauso gefangen, genauso limitiert, genauso bedroht. Und jetzt auf einmal kommt jemand, der ihn umbringen will. Also Gefahr von außen, Gefahr von innen. Der war als einzig, oder sagen wir mal, in der Stadt nicht sicher. Der war in höchster Lebensgefahr. Und dann kommt es in dieser eskalierenden Situation dazu, dass er ein prophetisches Wort weitergibt. Das ist ja wirklich brisant. Man will ihn umbringen und er sagt, warte mal eine Sekunde, ein prophetisches Wort, wenn du hier schon Jahwe ins Spiel bringst. Und das, was er sagt, ist die ich brauche das Wort mal so wirklich bewusst, es ist unglaublich, was er sagt. Es ist unglaublich und es ist unglaubwürdig. Es ist einfach nach menschlichen Gesichtspunkten Spinnerei. Er sagt, morgen ist alles anders. Morgen ist alles anders. Morgen gibt es hier keine Hungersnot mehr. Morgen ist der Feind weg. Morgen gibt es übrigens keine Belagerung mehr. Morgen gibt es Freiheit, Versorgung. Morgen haben wir Überfluss statt Mangel. Kein Trauergewand mehr, nix. Das war völliger Quatsch, nach menschlichem Ermessen. Das war völliger Unsinn. Ich hatte monatelang, vielleicht jahrelang diese Belagerung erlebt. Und dann kommt einer hin und sagt, ach, hier, wisst ihr, was, morgen. Das war, wenn uns sowas begegnen würde, wenn sie volltrottelten. Das war in einer Situation gesprochen, die absolut anders aussah. Das war reine Spinnerei, Wunschdenken, prophetische Fabulierung, ja. Schau dich doch mal um. Guck doch mal die Realität an, Fantast. Genauso erleben das Propheten heute. Sie sagen was und exakt das Gleiche begegnen ihnen. So, und dann kommt es zu diesem übernatürlichen Schiff. Souverän von Gott, der eingreift. Der Herr und das prophetische Wort stimmen überein. Der Herr nimmt das prophetische Wort und stellt sich dazu. Und wie Sigrid schon gesagt hat, ich bin überzeugt, er hat die himmlischen Heerscharen losgeschickt und dieses Getöse hat den Feind wirklich in die Flucht gejagt. Wirklich in die Flucht gejagt. Gott tut etwas Unerwartetes und von jetzt auf sofort ist das Problem gelöst. Der Feind ist übermächtig, aber für Gott ist es nur eine Kleinigkeit und das Problem ist gelöst. Aber das Interessante an der Story ist, die Leute in der Stadt, die wissen es gar nicht. Die kriegen es erst mal gar nicht mit. Die haben keine Ahnung, dass das Problem gelöst ist. Die sind so in ihrem Belagerungsblödsinn drin, die sind sowas von drin und sich um ihren Taubendreck da zu kloppen. Die sind so mit ihrem Problem beschäftigt, dass sie erst mal überhaupt nicht mitkriegen, was da passiert. Die Bibel sagt, es ist Abenddämmerung. Und dann gebraucht Gott diese abstrusen Ausgestoßenen, diese Aussätzigen, heute sagt man ja Leprakranken, wobei ich gar nicht weiß, ob Lepra und Aussatz wirklich identisch das gleiche ist. Vielleicht ist es eine Krankheit, die es heute nicht mehr gibt. Diese Underdogs Randgruppe und die sind auch nicht drin im Schutzbereich der Stadt, sondern auch noch draußen, also wirklich elend. Und die sind so verzweifelt und so am Ende, dass sie sagen, also wisst ihr was, das ist eigentlich egal. Also Elend können wir nicht weitermachen. Ob wir da drin sterben oder draußen sterben, ist das vollkommen burscht. Sorry, so ein bisschen klingt das wie bei den Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als den Tod finden sie überall. Also die waren am Ende. Es war nichts mehr zu holen. Die haben gesagt, also entweder sterben wir hier oder wir sterben da oder wir bleiben irgendwie am Leben. Und dann sind sie da hingegangen da hingegangen und merken, Moment mal, Moment mal, hier ist ja alles anders, das ist ja alles völlig anders, als wir gedacht haben, es ist überhaupt kein Feind da. Und die sind nur ans Rand des Lagers gekommen und haben sich schon mit Reichtöner eingedeckt und haben erstmal was auf die Seite gebracht. Klammer auf, sehr vernünftig, denn als hinterher das ganze Volk kam, wer weiß, ob die noch was gekriegt hätten. So, auf jeden Fall haben sie erstmal gemerkt, hey, völlige Versorgung und das, was eben noch die Gefahr war, die Bedrängung war, ist weg, weg. Nun gibt es was Interessantes. Das steht nicht in der Bibel, das steht nicht in der Bibel, aber die Rabbiner, da gibt es eine rabbinische Lehre, die sagt, die vier Aussätzigen, das war Gehasi und seine drei Söhne. Das wäre dann interessant, weil Gehasi bekam den Aussatz von diesem mächtigen Militär der Aramäer auf sich und jetzt wurde er durch den Aussatz, wo er ausgestoßen war, zur Lösung von der Bedrohung dieser mächtigen Heermacht der Aramäer. Kann sein. Wie gesagt, steht nicht in der Bibel, ist aber ein interessanter Aspekt. Er sorgt jedenfalls dafür, oder diese Aussätzigen sorgen jedenfalls dafür, dass die Botschaft der Freiheit kommt. Gute Nachricht, gute Botschaft. Und die Botschaft muss gehört werden. Und die kommt irgendwann der Nacht an. Mit einer Nacht, wenn es gar nicht danach aussieht. Übrigens wisst ihr was, Leute, die Gefahr ist gebannt, alles ist anders. Und dann geht das erstmal durch ein paar Instanzen, bis es beim König ankommt und der sagt erstmal Vorsicht, Vorsicht, Leute, das ist bestimmt eine Falle. Bestimmt eine Falle. Mach mal langsam, mach mal langsam, erstmal checken. Bis sich dann herausstellt, hey, es ist wirklich so. Diese abstruse, ausgestoßene Gruppe sagt die Wahrheit, wir sind frei. Und dann gibt es diesen eigentümlichen Menschen, der da mit diesem König ja bei Elisa auftaucht. Wie wird er hier genannt? Der Anführer heißt er hier. In einer anderen Bibelübersetzung, ich glaube bei Luther wird er als Ritter bezeichnet. Also irgendein hoher Beamter oder was, der da der Vertraute des Königs ist, der akzeptiert ja das prophetische Wort nicht. Der sagt, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel macht, kann da was passieren? Er stellt sich dagegen. Er macht also eine öffentliche Aussage und proklamiert Unglauben dagegen. Er opponiert gegen das Wort Gottes. Wir müssen verstehen, das war ja ein Beisein von diesen Ältesten und von diesem König, das war also öffentlich. Der hat sich öffentlich hingestellt und gesagt, das nicht. Er hat sich dagegen gestellt, opponiert und genau der Typ, der ist derjenige, der stirbt im Tor. Nun, wenn du das genau liest, klingt es fast so, als ob der hingerichtet worden ist im Tor und das Volk ihn tot getreten hat. Weiß nicht, es kann auch sein, dass er versucht hat, das irgendwie zu regeln und zu managen in dem Tor, aber das Volk wollte einfach nur noch raus und wurde einfach überrannt. Also hat sich in unweiser Art und Weise gedacht, er kann das Volk davon abhalten oder irgendwie selber managen, wie die in die Freiheit kommen. Aber die waren so verzweifelt, die sind einfach über den Weg hin zu ihrer Versorgung, hin zu dem, was sie hatten, hin in ihre Freiheit. Er kann als Vertreter des Systems, sage ich mal, das nicht aufhalten. Er kann das Volk nicht aufhalten, in das zu rennen, was der Herr für sie hat. Okay. So, eine alte, alte Story aus längst vergangenen Zeiten, fast 2900 Jahre alt. Ja, was hat das jetzt mit uns denn wirklich zu tun? Das Ganze ist prophetisch, hochprophetisch, steckt ja auch Elisa drin. Es geht hier um einen Propheten, einen Mann Gottes. Und diese Story steht da drin, damit wir sie wissen. Die ist für uns, da ist eine Botschaft drin. Und ich möchte erklären, wie ich das sehe. Wie schon gesagt, Stadt steht für ein System, steht für einen Herrschaftsbereich, steht für einen Autoritätsbereich, sagen wir mal, für einen Bezirk, eine Region oder ein Land. Ist ja immerhin das Regierungszentrum für das Nordreich. Okay. in der Stadt war mal vielleicht, vielleicht auch nicht, gutes geistliches Leben, berichtet die Bibel nicht. Aber wie ich schon gesagt hatte, jetzt abgefallen, verführt, bisschen schräg, so eine komische Religiosität, ein bisschen echt, ein bisschen nicht echt, nicht wirklich sauber, dennoch wird da der Name des Herrn gebraucht, ist auch irgendwie der Schutz des Herrn da, der Mann Gottes da, verwirrende Situation. Bisschen fromm, bisschen heidnisch. und dann dieser unkalkulierbare Herrscher, so politische Einflussname ist da auch drin, ne, für mich steht das ganze Ding für Deutschland. Das ist ein klassisches Bild für Deutschland oder für jede zentrale europäische Nation. Der Feind belagert und er ist unsagbar fest außenrum. Der hat einen Belagerungsring drum rumgezogen, da kommt nichts durch. Wovon hat denn der Feind so herrlich gelebt? Guck mal, das war eine große Stadt. Da kamen die Karawanen, die kamen da schon seit Jahrzehnten, immerhin. Und der Feind hat die einfach abgefangen, hat mit denen Handel und Wandel betrieben, hat die nicht durchgelassen, hat die auch wahrscheinlich ordentlich bezahlt, denn der brauchte ja auch seine Versorgung. Deshalb hat er auch all das Gold und Silber und Zeug da gehabt und hat einfach die Stadt abgeschnürt aushungern lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, immer mehr, immer mehr. Die Zufluss, die Versorgungsleitung abgeschnürt. Belagerung eben. Belagerung eben. Und da ist kein Entkommen raus. Brutale Not. Hunger, Elend. So, geistliche Hungersnot. Also wenn ich mir unsere Nation angucke und ich würde ein Wort dafür finden, dann sage ich geistliche Hungersnot. Sorry, das ist für mich sowas von offensichtlich. Eine unvorstellbare geistliche Hungersnot, wo Leute im Geist verhungern und sich mit dem letzten Dreck beschäftigen, den letzten Dreck fressen, weil es nichts anderes gibt, weil nichts anderes da zu sein scheint. Sie nehmen Zeugchen sich auf, was ätzend ist. Aber die Stadt ist noch nicht überwältigt. Das ist ja auch interessant. Da ist ja noch was und der Mann Gottes ist auch noch da. Noch stehen die Mauern. So, dann kommt es zu der Eskalation und dann kommt irrigerweise die Attacke gegen wen? Gegen diejenigen, die für das Volk Gottes stehen. Dann richtet sich erst mal die Aggression gegen diejenigen, die eigentlich die Lösung sind. Ja? Dann wird gegen das Volk Gottes, gegen die prophetische Stimme, gegen die wiedergeborenen Christen, dann wird dagegen aktiv agiert. Das ist dann auf einmal der Buhmann, das sind die Bösen, das sind diejenigen, die an einem Schuld sind. Nun, vielleicht ist uns das nicht so bewusst, aber dieses Thema mit den Radikalen und mit den Fundamentalisten und mit den Fanatikern und so weiter, das begegnet uns immer deutlicher. Übrigens, Fanatiker kommt ja das Wort Fan vor, ist eigentlich ein positiver Begriff und Fundamentalisten haben sich die Grünen früher auch genannt, die Realos und die Fundis, da war das auch kein Schimpfwort. Aber heute ist das gefährlich und ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, ich weiß aber nicht wirklich, ob das heute noch so ist, war aber vor einigen Jahren so, da hat der amerikanische Geheimdienst, der hat eine Liste gehabt gegen von gesellschaftlich, die gesellschaft gefährdenden Gruppen und Gruppierungen. Was sind so die gefährlichen Gruppierungen in der Gesellschaft? Was ist also Sachen, wo man ein Auge drauf haben muss, weil die könnten die gesellschaftliche Ordnung irgendwie schädigen? Auf Rang 4 standen die wiedergeborenen Christen von dieser tollen Liste. So, die wurden also als gefährlich für die Gesellschaft betrachtet und das ist das, was uns hier passiert. Und das ist genau die Situation. Der König spricht das politische System, richtet sich aggressiv gegen das, was eigentlich die Hilfe ist. Gut, aber dann, genau in der Situation, genau in dem Problem spricht Gott durch diesen Propheten und der sagt was, was völlig unwahrscheinlich ist, was völlig unglaubwürdig ist. Ja, er sagt etwas, was so anders ist, als der Ist-Zustand. Eine prophetische Stimme, die sagt, pass mal auf, morgen ist alles anders. Völlige Versorgung, völlige Freiheit, alles super. Und er guckt sich um und sagt, die spinnen, die Propheten. Der gehört eingeschlossen. Das ist gefährlich. Der erzählt einfach Unsinn. Der verführt das Volk. Für was denn eigentlich? Zur Hoffnung. Und viel glaubwürdiger sind doch da eigentlich so diese Endzeit-Horror-Leute. Die sagen, alles wird nur noch schlimmer und der Antichrist und was nicht alles und das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann gehen wir alle runter oder wenn wir Glück haben, sind wir noch vorher entrückt. das wirkt ja viel glaubwürdiger, das ist ja viel ernstzunehmender, weil es ist ja viel realistischer, guck dich doch mal um. Diese Propheten, gefährlich. Dann reden die von solchen Themen wie Erweckung, Ernte, einer mächtigen Bewegung Gottes, Ausgießung des Heiligen Geistes, Freiheit, Durchbruch, Kommen des Reiches Gottes. Ja wo denn bitte? Guck dich doch mal um, sei doch mal Realist. Genau das war die Situation damals. Der Prophet gibt ein Wort weiter, was sowas von spinnert war in den Augen der Menschen und es war trotzdem die Wahrheit. Es war trotzdem das Wort Gottes. Es war das, was der Herr gesagt hat und genau das sagt er dir heute. Heute gibt der Herr uns ein Wort weiter und es ist das Wort, diese kommende Bewegung, der Freiheit, der Versorgung, des Segens und es ist so unglaubwürdig wie nur was, genau wie damals in der Situation und deshalb finde ich diese Story so glaubwürdig. In den Gemeinden, guck mal, die Gemeinden in Deutschland, klein, zerstritten, kloppen sich um den letzten Dreck. Der klassische Pastor, wirklich, ich sag's nicht, von Obera, wirklich, der hat eine Panik, nämlich dass ihm die Leute in eine andere Gemeinde abwandern. Ja, und der muss die irgendwie klammern und notfalls mit irgendwelchen manipulativen oder sonstigen Methoden. das findet man leider überall. Hey, das ist nicht das, was die Bibel heißt, wir sollen eine gewaltige Ernte einführen. Richtig Ernte, Ernte. Ja, guck dich doch mal um. Das prophetische Wort sagt, es gibt eine Bewegung Gottes, das Reich Gottes kommt. Tja, obwohl der Feind noch so übermächtig ist. Der Prophet sagt, alles wird anders, Gott wird eingreifen, die Dinge werden sich dramatisch verändern, der Feind wird fliehen und nichts ist zu sehen, es ist noch Nacht. Die Hungersnot ist nach wie vor unverändert, übrigens auch für Elisa. Nichts, nichts hat sich geändert, der sagt was, zack und nichts, es ist alles wie beim Gleichen, nichts ist verändert, äußerlich. Aber ich persönlich bin überzeugt, der hat das Wort gesagt und die himmlischen Armeen sind losgezogen, um diesen Feind zu verscheuchen und irgendwann war er weg, die kam in der Dämmerung am Abend, das war ja irgendwann hier am Tag, wo Elisa das gesagt hatte, die kam in der Dämmerung am Abend, der Feind war schon weg. Und während der Nacht zeigt sich das dann und diese Story, wo der König das mitkriegt ist, noch in der Nacht und am nächsten Tag ist alles anders, binnen 24 Stunden, genau wie der Prophet gesagt hat. Aber erst mal war es noch genau so. So und in genau dieser Position befinden sich unsere Nation momentan und die Christenheit. Es gibt prophetische Worte, die sagen, es gibt ein gewaltiges Eingreifen Gottes. Aber die Hungersnot und die Belagerung scheinen noch da zu sein. Es sieht noch genauso aus wie vorher. Du hast nicht den Eindruck, dass verfreiert ist. Du siehst nicht, dass da große Ernte ist. Du siehst nicht, dass große Versorgung sind. Du siehst keine Zeichen und Wunder und sonst was, was die Bibel berichtet und wir beglauben und beten. Es ist noch nicht da. Aber der Prophet sagt, es ist schon passiert, es ist schon da. Aber wir sehen es noch nicht. Und dann schickt der Herr irgendwelche Typen, von denen wir nicht die geringste Ahnung haben, dass der Herr die überhaupt gebrauchen kann, irgendwelche Ausgestoßenen, die sagen, ach übrigens Leute, ey, guckt mal, da ist was. Da ist nämlich kein Feind mehr. Ihr solltet langsam kommen. Im Übernatürlichen hat Gott schon gewirkt. Es gibt schon ein mächtiges Eingreifen oder sagen wir mal so, Gott ist dabei, hey, gerade mächtig einzugreifen. Und wir dürfen uns da einklinken, wir dürfen wissen, hey, es passiert was. Vielleicht sehen wir es noch nicht, das heißt nicht, dass du es nicht morgen oder übermorgen oder in einem Jahr oder in zwei oder in fünf Jahren siehst. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir den Belagerungszustand, den wir schon so unendlich lange ausgesetzt sind, als gegeben akzeptieren, weil es gibt ein prophetisches Wort und er sagt, es gibt was Neues. Es gibt was anderes. In dem Sinne dürfen wir wirklich sagen, wir stellen uns auf das, was da gesagt wird in dieser elenden Situation und der Herr wird all unsere Gebet erhören. Auch wenn das momentan Spinnerei erscheint, wir stellen uns drauf und wissen, es wird ein Eingreifen Gottes kommen. Und der offizielle Vertreter des Systems, der kommt zu Tode. Auch interessant. Wer sich dagegen stellt, wer öffentlich das als Unsinn verurteilt, der kommt zu Tode. Das findest du auch bei Hesekiel. Hesekiel spricht in einer dramatischen Stelle über eine Mauer, die das Volk von den Segnungen Gottes abhält und da gibt es Leute, die tünchen die Mauer und sagen, die ist super, die Mauer, die ist ganz toll, ganz schön. Die bezeichnet er als die Hüter des Volkes und er sagt, ich selbst werde diese Mauer einreißen und diejenigen, die die Mauer tünchen werden, von ihr begraben werden, werden zu Tode kommen. Also das ist sehr ähnlich. Diejenigen, die sich gegen das Reden Gottes stellen, werden die Konsequenz auch irgendwann davon zu tragen haben. Bisher, in Deutschland haben wir eine gefallene Nation. Irgendwie gibt es Christen. Es gibt auch ein paar Propheten. Es gibt auch viele prophetische Worte über Deutschland. Es gibt sagenhaft viel Verwirrung, sagenhaft viel Hungersnot, sagenhaft viel Chaos. Ich sag es mal so. Versteht mich richtig. Es gibt Leute, die fressen ihre Kinder. Im geistlichen Sinne. Ihr versteht mich. Ja? Es gibt Unglauben, es gibt Dürre und für den letzten Dreck wird teuer bezahlt. Für den letzten Dreck wird teuer bezahlt. Das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Es gibt ein Reden Gottes und alles wird sich ändern. Wisst ihr was? Der Name Elisa bedeutet Gott hat geholfen. Gott hat gerettet. Und das ist genau das Programm. Und ich habe hier diese Broschüre, die wir schon so viele tausend Mal verschickt haben, die jetzt vergriffen ist. Da wollte ich euch was vorlesen. Und witzigerweise ist es genau von Rick Joyner. Das hat er schon vor Jahren geschrieben, 2011. Da geht es um die ganze Welt. Jesus sagte, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters. Das wird die größte Ernteeinbringung neuner Glaubender in der Geschichte werden. Größer als alle vorherigen zusammengenommen. In meiner Vision kam sie in zwei großen Wellen. Die Erste war die größte, die bis heute stattgefunden hat. Aber es war nur das Einsammeln derjenigen, welche dazu berufen sind, Arbeiter zu werden in der noch größeren Welle, die nachfolgen wird. Die Erste Welle begann kurz nachdem mir die Vision, das war im Jahr 1987, seine erste Vision, gegeben worden war und dauerte mindestens 20 Jahre. Während dieser Zeit kamen rund um die Welt mehr Leute zu Christus als vorher in der gesamten Geschichte bis heute. Schätzung gemäß kamen in den Spitzenzeiten im Durchschnitt etwa 400.000 Menschen pro Tag zu Christus. Es gab Länder, in denen die Menschen schneller wiedergeboren wurden, als natürliche Menschen geboren wurden. Hunderte von Millionen kamen in Afrika, in Süd- und Mittelamerika und in Asien zu Christus. Obwohl diese Welle in Nordamerika und Europa kaum zu berühren schien, steuerten diese Kontinente doch viele der Evangelisten und Arbeiter für die anderen großen Erweckungen rund um die Welt bei. Die Zeit für diese Kontinente kommt noch. Danach sah ich eine Periode relativer Ruhe, bevor die größte aller Bewegungen Gottes begann. Wir sind dem Ende dieser Zeit nah und werden bald von einer Welle der Erweckung erfasst werden, wie die Erde sie noch nie zuvor gesehen hat. Wenn ein Tsunami quer über die Ozeane zieht, kann man kaum ein Kräuseln des Wassers erkennen. Aber sobald er sich dem Land nähert, fängt er an, aufzusteigen, manchmal bis zu einer Höhe von ein paar hundert Metern. Innerhalb von Minuten kann ein ruhiges Meer sich erheben und alles wegschwemmen, was in seinem Weg ist. Obwohl es aussieht, als ob wir uns momentan in einer geistlichen Ruhephase befinden, ist ein geistlicher Tsunami im Kommen und wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Das größte Problem, dem praktisch jede Gemeinde gegenüberstehen wird, ist, wie sie mit dem explosiven Wachstum umgehen soll. In der Vision sah ich kleine Gemeinden von weniger als hundert Leuten, zu denen tausend neue Mitglieder hinzugefügt wurden und das manchmal innerhalb einer Woche. Ich sage Gemeinden, die so groß wurden, dass sie Fußball und andere Stadien mieteten, in denen sie Gottesdienste abhielten. Manchmal versammelten sich hunderttausende von Menschen in Parks und riesigen Versammlungen in Freien, nur um Bibellehrer zu hören, den Herrn zu preisen und ihn anzubeten. Nicht nur ganze Städte kamen zu Christus, sondern auch ganze Nationen, sodass das Land selbst zu etwas wie einer riesigen Gemeinde wurde. Sowohl die Erweckung in Wales als auch die an der Asusa Street machten fast zwei Jahre lang wiederholt rund um die Welt Schlagzeilen. Das war nur ein Vorgeschmack, ein Same, der gepflanzt wurde für das, was noch kommen wird. Die kommende Bewegung Gottes wird in gewisser Weise eine Zusammensetzung vieler der großen Bewegungen der Vergangenheit sein, aber sie wird auch irgendwie grundlegend anders sein. Sie wird nicht nur eine Bewegung Gottes sein, sondern Gott selbst wird sich bewegen. Seine manifeste Gegenwart wird so enorm sein in dem, was kommt, dass die Menschen nicht einzelnen Wahrheiten nachjagen werden oder Gottes Taten, sondern sie werden dem Herrn selbst suchen. Man wird über ihn sprechen, nicht nur über das, was er tut. Es wird eine Bewegung sein, die Jesus erheben wird. Wenn er erhoben wird, werden alle zu ihm hingezogen, nicht nur zu Lehrern, Projekten oder Missionen, sondern zu ihm selbst. Was uns erwartet, wird viel zu groß sein, als dass es eine menschliche Leitung oder Strategie unter Kontrolle halten könnte. Nur der General der Himmelsheere kann es leiten und wird es auch tun. Es geht nicht nur darum, die Worte des Herrn zu hören, sondern das Wort selbst zu hören. Die Hauptstrategie für das Kommende ist, seine Stimme zu kennen und ihm zu gehorchen. Er wird seinem Volk persönliche Anweisungen geben. Darum lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 17, 18, dass in den letzten Tagen, wenn er seinen Geist ausgießt, wir Träume und Visionen haben werden und Weissagungen für alte und jungen Männer und Frauen, was offensichtlich alle einschließt. Wir werden diese Art von Führung brauchen für das, was uns erwartet und er wird sie uns geben, wie er es für die, die ihn suchen, immer getan hat. Das kommende Wirken Gottes wird die größte Herausforderung sein, die wir je erlebt haben, aber es wird auch die großartigste Zeit unseres Lebens sein. Das sind die Zeiten, die sogar die Propheten längst vergangener Tage gerne gesehen hätten. Der Herr hat seinen besten Wein für zuletzt aufbewahrt und viele, die dies lesen, werden die größte Bewegung Gottes aller Zeiten bezeugen. Es ist gut und richtig, die Ehre schätzen zu wissen, in diesen Zeiten zu leben, aber auch sie als die große Verantwortung zu sehen, die sie darstellt. Dem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Und dies wird eine Zeit sein, in der viel Arbeit getan werden muss. Ich habe diese Broschüre zusammengestellt, damals vor Jahren schon, einfach nur mit Worten, die das aussagen, was Gott verheißen hat. Das ist nicht ein Wort und das sind nicht zehn Worte und das sind nicht 50 Worte, das sind hunderte von prophetischen Aussagen, jetzt nicht hier drin, aber die es in der Richtung gibt, die einfach das bestätigen, was Gott gesagt hat. Ich habe darüber zwei Bücher geschrieben. Erstmal das hier, Gott und Deutschland, wo ich über auch die besondere Situation in Deutschland geschrieben habe, warum Deutschland so ist, wie es ist. Völlig anders als viele, viele andere Nationen. Ja, und damit man einfach versteht, warum es bei uns so eigentümlich ist und hier Deutschland um Gottes Willen, wo ich das nochmal vertieft habe und über die besondere Situation der Berufung Deutschland geschrieben habe und eben die prophetischen Worte. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann sagst du, es ist eigentlich völlig logisch, wie unser Land ist und es ist erstaunlich, dass Gott was verheißen hat und deshalb sage ich dir, die Situation hier in Samaria ist exakt unsere Situation. Das prophetische Wort ist ergangen, es ist Nacht, es ist Hungersnot, es ist Elend und trotzdem, und trotzdem, der Feind ist schon dabei zu fliehen, der Feind ist schon dabei abzuhauen, weil übernatürlich schon etwas passiert, weil der Herr sich zu seinem Wort stellt und es zu dieser Veränderung kommt. Und jetzt hast du die Situation, du guckst dich um und du kommst zu zwei Schlüssen. Entweder sagst du, Halleluja, ich halte an dem prophetischen Wort fest, morgen wird alles anders sein oder du sagst, alles Dreck, die spinnen. Es wird immer so bleiben. Und in genau der Herausforderung stehen wir als Christen momentan. Und da merkst du genau, es gibt so unsagbar viele Leute, die sind als Christen in einem Niederlagedenken, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, die leben in Niederlage, die versumpfen in Niederlage und ehrlich, das Einzige, was die an Hoffnung haben, dass es irgendeine Entwirkung mal gibt. Die leben für die Entrückung, wenn sie denn der mal eins kommen möge. Und sie verkriechen sich in irgendeinem komischen religiösen Getue und sie tun alles, aber nicht das, was die Bibel sagt, nämlich den Missionsbefehl umsetzen. Wenn sie am wenigsten anfangen würden zu missionieren. Und die anderen sagen, wir vertrauen darauf, dass der Herr die Situation ändern wird. Wir vertrauen auf das, was er in seinem Wort sagt, Matthäus 24. Ja, allen Nationen wird das Evangelium verkündet werden zu einem Zeugnis, und zwar das Evangelium des Reiches. Weißt du was? Ist in Deutschland nie passiert. Ist nie passiert. Deutschland hat nie das Evangelium des Reiches Gottes in einer Klarheit gesehen, dass es ein Zeugnis war. Die haben ein bisschen Christianisierung gesehen, die haben ein bisschen Missionierung gesehen, die haben ein bisschen irgendwelche kirchliche, komischen Sachen gesehen, irgendwelche Liturgie und was nicht alles, aber niemals ein Zeugnis der Kraft Gottes. Niemals ein Zeugnis des Reiches Gottes. Der Herr muss was tun, bevor er wiederkommen kann. Sonst hätte er sich an seinem Wort hier versündigt. Das heißt, allen Ländern, allen Nationen, dazu gehört Deutschland zu. Halleluja. So, und wenn die Propheten sagen, Achtung Leute, es kommt was, es kommt was, es kommt Veränderung, dann sind wir, gehören zu den Leuten, die sagen, das ist es, darauf bauen wir unser Leben. Wir stellen uns dazu, wir sagen, ja, wir glauben, dass es nicht so bleibt. Wir glauben, dass Gott eingreift. Wir glauben, dass heute vielleicht, betest du für einen Kranken und der ist noch krank. Morgen, also im übertragenen Sinne, wann immer morgen ist, wirst du beten und die Person ist geheilt. Ja, heute hast du Mühe, irgendwelche dämonischen Machenschaften aus Leuten auszutreiben. Morgen ist es ein Wort und die Person ist frei. frei, ja, heute verkündigt das Evangelium und es interessiert kaum jemand, morgen werden sich Hunderte und Tausende bekehren. Warum? Weil der Herr wirkt, weil der Feind und seine elende Belagerung weggenommen ist. Die Sache wird sich ändern, die Sache wird sich komplett ändern, was heute noch Status ist und so festgefahren aussieht, weil es schon seit Generationen so ist, der Belagerung, ist morgen weg, pulverisiert. so, du kannst ja sagen ja dazu oder du kannst sagen ihr spinnt. Mehr Optionen sehe ich da nicht und genau das ist das, was uns begegnet bei uns im Dienst von Gottes Haus. Haufen Leute, die sagen, ihr seid echte Spinner und ein paar Leute, die sagen, das glaube ich auch, das glaube ich auch, da bleibe ich dran, das will ich auch glauben, da will ich dabei sein, da will ich mitmachen und wie hier Rick Joyner sagt, bereite dich vor, bereite dich vor, bereite dich vor, dass morgen alles anders ist, bereite dich vor, dass die Situation einen Shift erlebt. Es bleibt nicht so, wie es ist. Ja, dass wir momentan erleben in unserer Nation an eigentümlichen, irrationalen Kräften, irgendwie Mächten, die sich da in sonderbarer Weise austoben, ohne jeglichen Sinn und Verstand, wo einfach irgendwas passiert, absurd, es wird nicht so bleiben. Sachen werden sich ändern. Sie haben sich in Ländern geändert, in der von uns so bezeichneten dritten Welt. Da kannst du dir gar nicht vorstellen, was für Veränderungsprozesse da gewesen sind. Die sind auch viel größer gewesen als bei uns. Warum nicht bei uns? Wer will es aufhalten? Wenn der Herr sagt, das prophetische Wort weitergibt, es kann passieren, es wird passieren. Halleluja. Amen.